Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Castle Constructor und ich würde sagen, wir legen mal los mit der Kampagne. So, da sind wir die letzte Folge gewesen mit jetzt. Zwei Sterne habe ich ja. Archer. Ach, das kostet mich sogar zwei Sterne. Ähm, ein Archer oder ein Batman? Ich würde sagen, ein Archer. Ach, drei kostet das. Das kostet ja fünf. Wie viel das haben? Supply Alliance. Ich würde so ein goldenes Zeug haben. Warte, was ist dafür? Ja, verkriegt euch keinen Stern. Drei und fünf. Fünf Wellen. Okay. Naja, jetzt habe ich hier drei und schon zwei, oder wie? Cool, cool. Dann würde ich das erstmal 1, 2, 3 machen. Und die zwei, spare ich mir die auf. Ich meine, das ist ja jetzt schon eine gute Schusspower, ne? Ähm, ja, ich spare mir die auf. Oh, da kommen einige. Einer weniger. Oh, das wird doch... Ich glaube, ich hätte die echt nösten sollen. Warte. Jetzt ist es zu spät. Ey, bitte schafft das. Jetzt müssen wir viel weiter klettern, ne? Oh, die klettern auf die. Oh, und dann kann ich nicht schießen, oder? Och, nee, weil die jetzt über dem... Punkt sind, wenn sie nicht mehr hochschießen, oder? Oh, das ist schlecht. Das verliere ich da sicherlich... ...stirbt der? Nein, der eine ist tot. Zwei sind tot. Ähm, das ist sehr schlecht. Das gibt mir sechs Fundament. Komm, den hier. Das ist ganz schlecht. Nichts ganz, ganz schlechtes Zeug. Oh, ja. Let's go to the house on. Die machen dem Kollegen jetzt noch ein bisschen Schaden. Ja ok, das sollte ich dann ohne Probleme schaffen. Jetzt hab ich da noch einen. Das ist ganz schlecht. Oh, ich darf den bloß nicht verlieren. Warum klettert der denn jetzt da runter? Jetzt klettert der sicherlich wieder runter, oder? Nein. Oh, oh. Der eine Kollege da lebt noch. Nein. Der gibt mir... Das, das... Der gibt mir... Was ist denn drauf? Den nehme ich. Das sind immer noch nur zwei Wege, ne? Hier, komm. Let's go. Ach, die sind noch nicht mal in Reichweite, ich Idiot. Jetzt. Die können jetzt ja immer anreifen. Also fast immer. Natürlich werden die zu Nasen nicht mehr. Aber sonst... Das geht ja voll. Oh ne, der kommt wieder hoch, oder? Scheibenkleister. Oh, da kommt zu viel hoch. Ich weiß nicht, ob der das schafft. Nein! Ich hab verloren, oder? Ich hab verloren. Was passiert da jetzt? Achso, da... Ich hab die andere. Rot. Na toll. Erste Runde verloren. Was'n das? Komm, nochmal. Diesmal schaffen wir es. Jetzt müssen wir es besser anstellen. Also, wir machen... Einmal... Den... Achso, das geht jetzt nicht. Okay, cool. Machen wir einmal so'n Megatower. Boah, der sieht doch schön aus. Dann machen wir... Hier ein. Und hier noch ein. Machen dann... Hier... Hier noch ein. Machen dann... Einen kleinen... Bunker drum. Und let's go. Die Pfeile sparen wir uns. Ich glaub, die brauchen wir eh nicht jetzt. Oder? Ah, dünn, 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 dünn. Das ist schon ein fertiges Teil. Na ok, die Pfeile kann ich mir sparen. Ah... Boah, dann kann ich schon direkt den großen Turm. Hier aber nur... Ah... Ist natürlich kritisch. Ah... Wie groß ist die Reichweite von dem? Warte, ich kann ja eh zurück machen. Oder? Hä? Kann ich die denn nicht platzieren? Da müssen mindestens zwei sein. Ah... Ist ein bisschen kritisch, aber könnte nur... klappen. Ah... Let's go. No is no fun. Ich hab die Pfeile auch mal gebraucht. Konzentriere dich bitte auf die. Danke. Na, das ist easy going. So... Da könnte ich nochmal so einen krassen Turm bekommen. Aber ich brauch Fundamente dafür. Ich weiß noch nicht. Ah... Ich bin echt riskant. Baracken... Und... Und hier noch einen zweiten Turm. So hin. Ach, die sind so richtig schlecht platziert, ne? Ach... Oh Mann, ich hätte die Höhe haben müssen. Nein, die sind jetzt gerade aus der Reichweite gekommen. Ach komm. Bitte Turm... Bitte Turm... Ah, das ist der tote Winkel jetzt. Der hat jetzt einen toten Winkel da durchbekommen, ne? Das ist ganz blöd. Ich muss aus den Fehlern lernen, die ich jetzt gerade mache. Ja, was ist das? Jetzt kommt da der dritte Weg, ne? Ja... Ja... Baracken... Und die haue ich dann... Hier hin... Und den hier... Und... Hier... Oh, wird schon schief gehen. Warum geht ihr denn da hoch? Bitte bleibt da unten. Der chillt! Mit dem Schilder und Bogen. Oh, der Turm ist krass zum Busen. Ich hätte Säulen noch da oben drauf. Ja, machen wir den Turm. Und dann... Mach ich... Den... Hier... Dort hin... Dort... 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 Let's go... Das ist ein krasser Turm. Hier haben wir alle Bögen. Ganz schlecht. Bogenschützen sind echt nicht so toll. Aber... Bis jetzt... Warum schießen die gar nicht zurück? Sind noch Bogenschützen oder nicht? Ja, cool. So lange habe ich noch nie für ein Level gebraucht. Und... Paddlement 1 mehr. Ich würd sagen... Wir machen noch das nächste Level. Ist das letzte? Ne, ne? Und... Boah, ist riesig. Ich würd sagen... Das nächste Level... Machen wir in der nächsten Folge. So wird es auch wieder zu lang. Und... Wir sehen uns. Tschö!